25. Oktober 1962 Während meine Reise in ihm versunken, sah ich nach, wie ich immer näher an seine Liebe herankommen könne. Der Herr Jesus sprach zu mir. Weißt du, wie sehr du mir gefällst? Mache dir meine Lehre zu eigen. Meine Bemühungen werden dann nicht vergeblich sein. Darüber freue ich mich recht. Nur verstehe ich nicht, warum du so hochstreben bist, weil du mit den kleinen Opfern nicht zufrieden bist, weil du nicht klein bleiben willst. Glaube ja nicht, dass die großen Dinge dich schneller heiligen. Da irrst du dich. Die großen Dinge tragen den Ruhm in sich und erlangen ihren Lohn hier auf Erden. Unsere Hände mögen gemeinsam sammeln. Was wir gemeinsam sammeln, ist vom großen Wert, sind es auch nur kleine Dinge. Vor mir ist nichts gering. Ich schätze alles hoch, was du für mich tust. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.